Das Vorübungsprinzip Beschreiben Sie Schlüsselelemente der Lernmaterialien, bevor Sie die gesamten Materialien zur Verfügung stellen. Mit Sicherheit haben Sie viele gute Erinnerungen an Ihr Studium. Wahrscheinlich können Sie aber auch nicht vergessen, dass Sie hin und wieder in scheinbar endlosen Vorlesungen gesessen haben, in denen Sie zu Beginn zwar hochmotiviert und aufmerksam waren, den Sie aber bald nicht mehr folgen konnten, weil eine zu große Menge an voraussetzungsreichen Texten und Bildern zu schnell präsentiert wurde. Vermutlich haben Sie aus diesen Vorlesungen selbst dagegen nur sehr wenig in Erinnerung behalten. Warum aber wurde Ihr Lernen durch solche Vorlesungen derart erschwert? Zu viele neue Informationen, die in kurzer Abfolge und verdichtet präsentiert werden, führen zu einer hohen essentiellen kognitiven Belastung, die das Lernen vollständig verhindern kann. Besonders schwerwiegend ist dieses Problem, wenn geringes Vorwissen auf komplexe Sachverhalte trifft. Eine mögliche Lösung für dieses Problem ist das kennengelernte Segmentierungsprinzip. Sollte allerdings die Einführung von Informationselementen keine eigenen Segmente rechtfertigen, sollten Sie das Vorübungsprinzip anwenden. Machen Sie die Lernenden dafür zunächst mit den Elementen der Materialien einzeln bekannt, die für das Verständnis wichtig sind. Formulieren Sie anschließend zum Beispiel kurze Übungs- oder Anwendungsaufgaben und präsentieren Sie erst dann die Materialien, in denen diese Elemente in den größeren Zusammenhang eingebunden werden, um den es eigentlich geht. Auf diese Weise ziehen Sie einen gewissen Anteil der notwendigen Informationsverarbeitung vor und schaffen eine Basis für das Lernen der eigentlichen Informationen, ohne das Arbeitsgedächtnis zu irgendeinem Zeitpunkt zu sehr zu belasten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017